Ich bin Artjom Vesnizov. Ich spiele Fafner in der Produktion Rheingold. Ich bin der Matthias Wohlbrecht. Ich spiele den Loge auch im Rheingold. Ich habe eine Frage für dich. Wie würdest du die Musik von Wagner beschreiben? Sie strömt, sie läuft. Irrsinnig viele Motive, die immer wieder kommen, immer wieder leicht variiert. Man kann sich unfassbar darin baden, mit ganz viel lauter und kräftiger Musik und dann ganz zarte Gefühle. Das hat Wagner alles drauf gehabt. Wie ist die Beziehung zwischen den beiden Charakteren, die ihr spielt? Ich glaube, mein Charakter sieht was schlaues. Etwas, das kann man nicht einfach so catchen. Er versucht, dich einfach zu zwingen, alles, was du kannst, mir ehrlich zu geben. Ja, weil ich bin derjenige, der mit viel List und Tücke versucht, dich zu manipulieren und vielleicht dir gewisse Sachen um die Nase zu reiben, zu sagen, das ist gut für dich, mach das mal. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich viele glückliche Gesichter im Saal in dem Theater Dortmund sehen werde. Also unbedingt vorbeikommen.